Willkommen in der Hölle Willkommen in der Hölle Willkommen in der Hölle So, der haut jetzt diese Setzlinge raus Die kommen leider zu mir nach oben So, der haut jetzt die Hölle Muss ich ja, ne? Muss auf den schießen Und der greift hoffentlich Dix an, der Setzling da unten Genau, Dix schlägt nämlich zurück Leider nicht bei einer Verwurzelung Okay Verflucht du Scheiße Dix an, Dix an, Dix an, Dix an Out of bullets My gun's bigger than yours Not even close Dammit, reloading Open it Zwei neue Verwurzelt, ich fass es nicht Whoa, that shit Are you scared of me? Good Run, coward Go! I'm assuming you're not dead You saved my skin So, in der Hoffnung, dass sie Dix angreifen Es sind nicht immer alle dran Jade hat da oben ein Problem Er, das ist das Ich bin gut, ich bin gut. Derter than dead. Das ist wie wir, Bruder. Und direkt wieder verwurzelt. Das ist wie wir. Das ist wie wir. Wenn ich den Overwatch rausnehme, können wir drei Rüstungspunkte entfernen. Zusätzlich haben wir erstmal Kraft. Oder mehr KW. Wir müssen auch KW wiederherstellen können. Das wäre nice. Er hat nämlich jetzt diesen Nahkampfangriff. Leider wurzeln die. Und weiterlaufen. Wie nehmen wir das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Setzlingseher wird geworfen, um ein Setzling erscheinen zu lassen. Mit Vorsicht zu verwenden, der Setzling greift das nächstgelegene Ziel an. Ein Kanister mit Schnellkeimmitteln und einem Setzlingsamen. Es schafft sofort einen Flüsterer Setzling, wenn er gegen eine harte Oberfläche geworfen wird. Das war krass. Achso, hier war das, wo wir das Kabel brauchen, ne? Kurbel. Hier hinten waren schwere Gegner, meine ich. Ja. Hoch. Ich glaube, auch sonst können wir hier... Oder ist hier auch nichts mehr. Ist hier noch was? Das kann sein, dass ich hier nicht gewesen bin, wegen diesem herumstreifenden Flüsterer. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin... 4 bis 6 wir sollen hier lang die sind experimente diesen versteckt etwas vor allem in den freunden amerika sie experimentieren mit dunkler wissenschaft haben aber keinerlei kontrolle darüber der mist den sie uns ausprobieren wird die welt verändern richtig und zwar zum schlechten unter natur kann man gewiss nicht kontrollieren sie wird die kontrolle zurückerlangen und dann kabumm sind wir wieder in der steinzeit ich muss dadurch ein biegsamer papierleitfaden der klärte man eine unterirdische hütte baut und dass ein paar alter stiefel eine mahlzeit macht laut dem vorwort wurde auf papier gedruckt weil man befehlte dass jemand der nur als der man bekannt ist an die wertvolle informationen herankommen könnte ja ich soll hier lang aber die schaffe ich nicht die schaffe ich auf keinen fall gucken wir mal was wir jetzt hier wieder so finden das ist Ich fühle mich, dass es etwas macht, mich wunderschön. Das sind mechs. Holy shit. Collectors? Wer in die Hölle collectiert? Wir. Ach du, Kekke. Unsere erste Familie gibt uns die kleinen Olas. Jetzt sind sie. Erinnerst du den Hologram, den ich dir gesagt habe, nicht aufstehen? Das göttliche ist. Shit. No one has ever survived to fight with these guys. Don't forget fighting, man. We sneak past them. Ja, müssen wir ja. Weiche den Sammler aus. Don't tell me how to sneak, girl. I'm the best sneaker here. I'm the best sneaker here. Kai, sip it! All of these extracted from crashed ship and destroyed. Trapping heat signatures with perpetrators. Heat signatures detected. Commence search. Das geht ja auch noch los. Was? Aber da ist Loot. Ich will da hinten hin. Ich hoffe, er geht nach rechts. Hold on. I'm going in. Okay. Follow me. Bootshauskarte. Da hinten müssen wir schon hin. Ja, die müssen wir natürlich holen, ne? Denk ich mal. Speichern wir mal. Speichern wir mal. Da ist ein Medipod gewesen. Ich glaube, da muss Dix rein. Was hören die doch, oder? Da ist ein Medipod. Das beantwortet schon mal die Frage. Da ist ein Medipod. 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 Okay, follow me. Weiche den Sammlern aus. Na, da muss ich nochmal ohne Zeitdruck rein. Demnach beende ich jetzt die Folge und gehe nochmal mit frischem Elan nächstes Mal daran. Macht's gut.